Hallo, wie ein paar vielleicht schon mitbekommen haben, habe ich ja eben das Video gemacht zu dem Server, zu dem Fantreff und es gab Probleme mit dem Server, sagen wir es so. Es hat mehr gelaggt als erwartet und mich hat eben Admin angeschrieben von dem Server, dass er zwar mehr RAM geben könnte, aber das wäre auch keine Dauerlösung und könnte dann doch nicht so viele Leute aufnehmen. Ähm, demnächst werden sie einen zusätzlichen Server kaufen und das ungefähr auf 66 GB RAM bringen. Ja, und deswegen müssen wir das nochmal verschieben. Es ist scheiße, dass ich das jetzt so kurzfristig jetzt doch nochmal verschieben muss, beziehungsweise, naja, ist ja erst Dienstag. Aber deswegen, das letzte Video habe ich jetzt auf nicht gelistet gestellt, das ist nicht mehr gültig. Ähm, ihr müsst euch doch noch ein bisschen gedulden, das klappt doch nicht so, wie wir es dachten. Aber naja, gut, jetzt wissen wir es schon sofort und jetzt gibt es kein Problem am Dienstag, das wäre auch scheiße. Gut, naja, dann tut es mir leid, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber dann klappt das alles. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns dann. Achso, und einen neuen Termin werde ich dann nochmal in einem extra Video bekannt geben. Ja, dann vielen Dank fürs Anschauen und danke für euer Verständnis und bis dann. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.